Level-Web Level-Web Na, der drückt für alle Kann doch nur... Oh, Spinnnetz, Scheiße! Ach du Scheiße! Alter Schwede! Ja, super! Erst als ich gelandet bin, war drauf gebaut Supersache! Das wird aber auch nett, ihr rennt einfach schon weiter Wenn du es doch schon fertig hast Wir können ja nichts dafür, dass du das immer so lange brauchst Naja Das ist echt... Das siehst du... Das ist so schwierig, ne? Boah, die ersten Löcher Die, glaub ich, sind am schwierigsten hier Ja, da war ich ja vorhin schon durch Bis auf das braune Vieh oder was da heißt Ja, da bin ich auch richtig gestorben Aber das hab ich ja nicht mal gesehen Weil das hat sich erst aufgebaut als ich aufgeplatzt wurde Boah! Da hätte ich nicht mehr viel gefühlt Boah, Alter Schwede Okay, ich muss aber auf der Richtung In der Richtung bleiben Boah, Kopf, Kopf, Kopf! Komische Scheißvieh aufgeplatzt! Hm? Das Auge! Voll ins Auge bin ich mit dem Vieh drauf Oh fuck! Ähm... Ja... Hier ist ganz schön viel Netz Boah, ne... Lalalala... Hast du schon wieder geschaut? Lalalala... Ja... Boah! Ja, ich find das doof Dass sich das manchmal erst aufbaut Wenn man gerade aufgeschlagen ist Ja, das ist... Also wenn hier nicht der PC schnell genug ist Dann hast du... Ja, ich hab das Netz wieder gar nicht gesehen Ich hätt nicht mal zählen können Boah, schön, ich hab's geschafft Wo? Weißt du was? Ich halt mich jetzt mal zurück Such du doch einfach mal nach dem Ding Haha Ich schaff's gar nicht Von daher hast du das Problem jetzt Jaja, klar hier Du brauchst ja eine Ewigkeit Wenn das sch... Wenn das fehlgeschlagen ist Durch die ganzen Spinnnetze hier Lalalalala... Lalalala... Lalalala... Hm... Mach mal hinterher Och man... Gibt's halt nicht Autsch Neee... Ich weiß aber noch nicht mal wo das ansatzweise sein könnte hier Uah... Okay... Also ich weiß nicht ob das auf der ersten Spinne ist oder auf der zweiten Keine Ahnung... Auf der zweiten, okay, super Uah, nein, nicht nochmal springen Also nicht auf der braunen, sondern auf der schwappen, ne? Ja, ich hab's auch geschafft gehabt, aber der ist dann nochmal gesprungen, die Drecksau Ist aber doof Ja, oah... Hey, aber Loki hat's geschafft Ja, super Was hab ich geschafft? Bis unten Achja, hier ein wenig Äh... Toh... Wer mir was neu hat Achso, nee, dann war das Dings Waa... Der Smoke Manno... Ich hatte's doch gerade schon... Warum springt er denn nochmal? Waaah... Ach, wieder auf die scheiß braune Spinne geklatscht... Mann, 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 Mann... Ich auch... Waaah, komm... Ja? Hm, das bin ich durchgefallen... Super... Jetzt hab ich's auch geschafft... Jaaa... Ich hab meinen ersten Diamanten... Jo, dann kann ich ja direkt auf Blau drücken... Ich bin ja jetzt unten angekommen...